. . . . . . . . . So, dann lassen wir noch los. Hunger! 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 Tschau miteinander! Hoi! Einmal Mittagsmänner. Hast du gegeben? Du bist schon lieber mehr. Wir sind organisiert. Nehmen wir auch Mittag? Jawohl. Haben ihr dann auch? Zwei, vier, sechs, sieben ... Nein, sechs ... Sechs ... Die zwei sind zehn. Haben ihr einen Bau? Bei eurer Vorbereitung. Wir haben es doch noch. Es gab gerade mehr Leute, als ich eigentlich meinte. Eigentlich meinte ich, es kommt niemand. Voll hier bin ich seit sechs, sieben Jahren. Das ist eine lange Geschichte. Das ist nicht einfach von heute auf morgen. Das ist Jahre gegangen. Dann ist einfach mal etwas da. Dann hast du mal einen Boden hergemacht. Eine Wand, weil es gezogen hat. Irgendwann ist schon mal das gestanden. Dann machen wir es noch mal zehn, zwanzig Jahre. Das ist cool. Solange es man gesund bleibt. Und dann sieht man das. Wir haben 365 Tage offen. Das ist herrlich im Fall. Das ist herrlich im Fall. Das ist herrlich im Fall. Wenn einer am drei Morgen sagt, hey, ich habe noch ein Hünderchen, dann machen wir halt am drei Morgen noch etwas. Wenn ich nicht spinne, heisst das, dass ich sage, weisst du, was frisst das ein, da mein Ohr. Ha, ha, ha. Das darfst du nicht aufnehmen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Ja, ich kann da nicht. Hey, danke dir. Danke dir. Siehst du, das war jetzt nichts abgemacht. Es ist einfach so. Das ist das Spontane. Das habe ich gerne. Weisst du? Wenn du abgemacht hast, dann ist das auch das Tier. So ist es, wie es ist. Das ist eben schön an der Geschichte. Wer hat noch nicht? Bleib da. Du bist da. Ach du bist eigentlich. Ich gebe dir einmal. Das ist egal. Weisst du, ich mache auch gerade. Du bist mit einem Töffchen unterwegs. Leben einfach. Go. Das ist die Wiese. Dann bleibst du auch gesund, weisst du? Du musst etwas tun. Nochmal irisch. Das hast du bei den Pensionärten nichts mehr zu tun. Dann kägst du auch um. Wohl. 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 Röstlinge. Ich lebe jetzt noch nicht, weil sie 20 Jahre ist oder so. Das ist dann, wie sie ist. Boi, danke. Boi, danke. Boi, danke. Boi, danke gerne. Boi, danke gerne. Boi, danke gerne. Boi, danke gerne. So, tipptopp. Hei. Hey, hei. Heilige See. Das ist so schön. Gehen wir noch die Zahlen? Ja, wie cool.